Dämmung muss nicht gleich jedes Mal mehrere 10.000 Euro kosten, sondern es gibt auch ein paar Methoden, die deutlich günstiger sind und die sich dann auch entsprechend schnell rechnen. In diesem Video habe ich dir verschiedene Methoden in der Preisklasse von 20.000 bis 5.000 Euro zusammengefasst. Und dafür habe ich mir wieder die Hilfe von Arnold Drewer geholt. Der ist nicht nur Autor von diesem Buch, das er zusammen mit Stiftung Warentest rausgegeben hat, sondern natürlich kennt er sich mit jeder einzelnen dieser Dämmmethoden richtig gut aus. Bevor wir jetzt mit den Tipp starten, noch eine wichtige Info vorweg. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, wie viel Energiekosten man einspart. Also man kann relativ gut berechnen, wie viel Energie durch eine Wand verloren geht und wie viel Energiekosten man dann spart, wenn man diese Wand dämmt. Aber bei einem Punkt ist es gar nicht so leicht. Und zwar, wenn das Haus undicht ist. Und das passiert ja ganz schnell. Alte Fenster sind ein bisschen verzogen und dann hat man so kleine Ritzen. Oder man hat auch zum Beispiel unter der Türschwelle kommt nochmal Luft durch. Vielleicht hat man auch noch andere Stellen Richtung Dachboden, dass da auch nochmal Luft verloren geht. Und das ist echt kaum richtig zu berechnen, weil wie viel Luft geht da jetzt durch? Wie warm ist jetzt die Luft? Woher kommt die kalte Luft? Ist da jetzt eine Windseite? Ist es nicht eine Windseite? Das kann man echt schwer voraussagen. Und deshalb sind die Werte, die der Arnold hier sagt, das sind die Einsparungen rein durch Dämmung und nicht die Einsparungen durch den Lüftungswärmeverlust. Aber ich möchte euch an der Stelle einfach mal ein Beispiel nennen, was ich selber gemerkt habe. Ich bin mal, als ich nach Berlin gekommen bin, in so eine richtig schöne Altbauwohnung mit richtig schlechten Fenstern. Mein kleiner Finger, der hat da durchgepasst, so undicht waren die Fenster. Da hatte ich nur den Verbrauch vorher von meinem Vormieter. Der hat ungefähr 25.000 Kilowattstunden verbraucht, weil das ist eine Gasetagenheizung, da kannte man den Verbrauch. Und als wir dann eingezogen sind, habe ich natürlich erstmal die Arbeit gemacht und habe da zwei Stunden lang bei allen Fenstern erstmal Dichtband reingesetzt. Und wir hatten in dem ersten Jahr, in dem wir in der Wohnung gewohnt haben, nur noch 15.000 Kilowattstunden Verbrauch. Also wir haben über 10.000 Kilowattstunden alleine durch das Abdichten der Fenster gespart. So, da kann man ja schon fast sagen, das war der erste Tipp, weil ich habe mit dem Einsatz von 20 Euro und zwei Stunden Arbeit mehrere hundert Euro Gaskosten pro Jahr gespart. Also dafür könnt ihr doch schon mal den Daumen nach oben drücken und den Kanal abonnieren. Und jetzt starten wir in die richtigen Tipps. Los geht's. Viele Dachböden im Ein-Familien-Haus-Bereich werden erschlossen durch eine Bodenklappe. Das ist eine Holzklappe, die befindet sich in der oberen Geschossdecke. Da ist in der Regel so ein Ring dran, den zieht man runter und dann kommt einem die Holztreppe entgegengerutscht. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass auch hier die Grenzschicht zwischen innen, 20, 21, 22 Grad und außen, das ist der kalte, nicht benutzte und nicht bewohnte und auch nicht beheizte Spitzboden aus ungefähr einer 1 cm dicken Holzwerkstoffplatte besteht. Dazu kommt noch, dass diese alte Bodenluke sehr zugig ist. Wenn Sie Raucher sind, können Sie sich da direkt runterstellen und Ihre Zigarette rauchen, obwohl die Frau vielleicht nicht Raucherin ist. Der Rauch würde durch die Ritzen in den Spitzboden entweichen. Das ist ein Verfahren, was man selber sehr gut durchführen kann. Man installiert auf der Holzplatte einen Hochleistungsdämmstoff, wie der Polyurethan oder Phenolharz, rings drumherum in die Laibung auch. Und sehr wichtig, damit Sie später nicht mehr rauchen dürfen im Haus, ist, dass ein Dichtungsstreifen gelegt wird, da wo die Holzklappe oben in die Dicke verschwindet. Die Materialkosten für das Dämmmaterial, welches man braucht, um eine Bodenluke zu dämmen, dürften maximal bei 20 Euro pro Bodenluke liegen. Dazu kommt natürlich Ihre Arbeitszeit. Ich gehe davon aus, dass man pro Jahr schon mehr als 20 Euro Heizkosten darüber spart. Der besondere Effekt dieses Verfahrens liegt allerdings auch darin, dass ich keine Lüftungswärmeverluste habe. Warme Luft steigt nach oben und dadurch, dass der Schlitz auch abgedichtet wird rund um die Bodenluke, haben wir diesen Lüftungswärmeverlust nicht mehr. Sehr häufig besteht der Fußboden im Erdgeschoss zum Keller hin, vor allen Dingen bei alten Häusern, aus Tannendielen, Kieferndielen. Konstruktiv bedingt liegen diese Dielen auf einer Balkenlage, was man daran sieht, dass von oben, von oben sieht man eine Nagelreihe. Und zwischen den Balken ist meistens nichts. Die Balkenhöhe beträgt so in der Regel 8, das können auch 10 Zentimeter sein. Es gibt ein sehr einfaches Verfahren. Man bohrt diesen Dielenboden von oben an und bläst einen Einblasdämmstoff hinein. Wenn man die Löcher von oben nicht sehen will, ist das auch von unten, von Kellerseite aus her durchführbar. Dadurch, dass das schwieriger ist, über Kopf zu bohren und so weiter, ist es geringfügig teurer. Was kostet so ein Verfahren? Bei einem Dielenboden 90 Quadratmeter liegen wir dann insgesamt bei vielleicht 3.000, 3.500 Euro. Der Effekt ist, wir sparen Heizenergie, ich denke mal so 300, 400 Euro pro Jahr, aber besonders hat man anschließend einen warmen Fußboden. Man kann mit Socken oder barfuß sogar auf dem Fußboden herumlaufen, weil erheblich wärmer ist als vorher. Ich gehe mal davon aus, dass in Deutschland über 100 Millionen Rollladenkästen nicht gedämmt sind. Wer so einen Rollladenkasten hat, sollte sich darüber im Klaren sein, dass bei alten Kästen die Grenzschicht zwischen innen und außen gerade mal aus 4 bis 5 Millimeter Sperrholz besteht, plus Tapete oder Lack, was natürlich keine Rolle spielt. Das ist ein Dämmverfahren, was man sehr gut selber durchführen kann. Wie wird es gemacht? Der Rollladenkasten wird geöffnet, dann wird ausgemessen, wie viel Platz ist nach oben, nach unten und nach vorne hin. Und dann sollte man einen Hochleistungsdämmstoff nehmen, also einen Dämmstoff, der sehr, sehr gut dämmt. Das wären alukaschiertes Polyurethan oder sogar Phenolharzplatten. Und so dick es denn geht, den Rollladenkasten nach oben hin, nach unten hin und zum Raum hin mit diesen Dämmplatten versehen. Ein sehr angenehmer Nebeneffekt dieser Maßnahme ist, dass auch Zugerscheinungen durch den Rollladenkasten dadurch beseitigt werden. Sehr wichtig, wie bei jedem Dämmverfahren, man sollte möglichst fugenfrei arbeiten, weil ansonsten die Dämmwirkung beeinträchtigt wird. Den Rollladenkasten zu dämmen, ist eine Maßnahme, die man sehr gut selber durchführen kann. Das kostet mich pro Stück, wenn ich jetzt Hochleistungsdämmstoffe nehme, vielleicht 10 Euro Materialkosten. Plus beim ersten Rollladenkasten bin ich als Do-it-yourself-Handwerker vielleicht eine Stunde beschäftigt oder anderthalb Stunden. Beim 16. Rollladenkasten bin ich Profi, dann mache ich das fließbandmäßig. Die Kosten liegen so bei 10 Euro pro Rollladenkasten. Wenn ich es machen lasse, jetzt durch einen Trockenbauer, dann sind wir schnell bei Kosten von über 100 Euro pro Stück. Was bringt mir die Dämmung eines Rollladenkastens? Okay, wenn ein Rollladenkasten gedämmt wird, das werde ich am Energieaushalt des Hauses nicht so richtig feststellen. Wenn 16 Rollladenkasten gedämmt werden, gehe ich schon davon aus, dass die Heizenergie um 5-6% für das ganze Gebäude hingesehen gesenkt wird. Wichtig aber ist besonders der Wohnkomfort, da dadurch verbessert wird, dass ich keine Zugerscheinungen mehr habe durch den Rollladenkasten. Die meisten Häuser in Deutschland haben eine immer noch nicht gedämmte obere Geschossdecke, die man rasend schnell selber dämmen kann mit Dämmmatten. Man besorge sich Dämmmatten aus dem Baustoffhandel und lege sie in einer Dicke von 40 cm oben drauf. Die andere Variante wäre, einen Einblasbetrieb zu beauftragen, der ebenfalls bis zu 40 cm Faserdämmstoff aufbläst. Die Dämmung der oberen Geschossdecke kostet, wenn man die Materialien sich im Baustoffhandel holt, 1.500 Euro circa. Wenn man es machen lässt, bis zu 3.000 Euro. Amortisiert sich in einem Zeitraum von drei bis maximal fünf Jahren finanziell und senkt den Energiebedarf des Hauses um, je nach Gebäudegeometrie, 15 bis 30%. Es gibt ein Dämmverfahren, was auf der ganzen Welt bekannt ist, in der Mongolei, in den USA, in Spanien, überall, nur nicht in Deutschland. Das ist der Polyurethan-Spritzschaum, der nach meinem Dafürhalten mindestens für zwei Anwendungsfälle hervorragend geeignet ist. Der eine Anwendungsfall sind die Kellerabgänge. Kellerabgang, das ist das. Sie machen an der Holztür auf und gehen die Kellertreppe runter. Über ihn sehen Sie die Holztreppe, die ins erste Stockwerk führt. Es ist eine sehr komplizierte Situation, die mit Matten- oder Plattendämmstoffen fast nicht dämmbar ist. Eine zweite Situation ist der sogenannte Kriechkeller. Kriechkeller, der Name sagt schon, das sind Keller, die sind 50, 60 cm hoch, haben eine sehr unebene Oberfläche. Diese Kriechkeller mit Dämmstoffplatten, Matten oder wie auch immer zu belegen, ist auch fast unmöglich. Auch da kann man Polyurethan-Sprühschaum einsetzen. In den Niederlanden, in unserem Nachbarland, wird das sehr, sehr häufig gemacht, denn da gibt es fast nur Kriechkeller. Ja, ich höre es sehr, sehr häufig und ich lese es auch in den sozialen Medien, dass Polyurethan-Sprühschaum was ganz Böses, was ganz Giftiges ist. Die selben Leute, die das sagen und schreiben, legen sich dann abends auf ihre Polyurethan-Matratze, setzen sich in ihr Auto, mit dem der Sitz fast nur aus Polyurethan besteht. Und wenn man das Pech hat, eine künstliche Herzklappe zu benötigen, dann ist auch diese aus Polyurethan. Was ich sagen will, ist, Polyurethan ist ein Kunststoff, ja, aber der ist in gebundener Form so unproblematisch, dass er sogar als medizinisches Produkt eingesetzt wird. Und die meisten von uns und auch Sie jetzt gerade in diesem Moment sitzen auf einem mit Polyurethan ausstaffierten Bürostuhl oder auf einem Sofa. Die Kosten für die Dämmung eines Kriechkellers, für die Decke eines Kriechkellers, liegen so bei ungefähr 80 Euro pro Quadratmeter. Anders ist allerdings nicht möglich. Man kann Kriechkeller weder mit Matten noch mit Platten, sondern noch mit sonstigen Dämmverfahren dämmen. Es gibt nur diese Chance, mit Polyurethan-Sprühschaum zu dämmen. Das gleiche gilt für den Kellerabgang. Sehr, sehr schwierig und sehr aufwendig. Die Kosten für die Dämmung eines Kellerabgangs mit Polyurethan-Sprühschaum dürften sich zwischen 2.000 und 2.500 Euro bewegen. Ein Dämmverfahren, was man auch selber durchführen kann, ist die Dämmung von Heizkörpernischen. Heizkörpernischen sind das, was der Name sagt. An der Stelle ist die Außenwand erheblich schmaler und die alten Heizkörper sind da hineingesetzt. Man kann zwischen Heizkörper und Außenwand einen Dämmstoff installieren. Eine Dämmstoffmatte sollte es in der Regel sein, weil sonst kommt man da nicht hin. Das ist in Eigenleistung sehr gut durchführbar. Also ich halte den Einspareffekt aus zwei Gründen für relativ hoch. Das eine ist die warme Wand, die ja durch den Heizkörper bis auf 40 Grad erwärmt wird, wird, was den Wärmedurchgangswiderstand angeht, erheblich erhöht. Plus die Matten, die man im Baustoffkandel für diesen Einsatz verkaufen kann, sind alukaschiert. Und diese Alukaschierung strahlt, gibt die Infrarotwellen, die Wärmewellen in den Raum zurück. Das heißt, die Außenwand wird erheblich kälter. Du hast eben vielleicht schon erkannt, dass in dem Videomaterial eben, das war der Energiesparkommissar. Und der hat zusammen mit der Landesenergieagentur Hessen ganz viele Anleitungsvideos gemacht. Diese Anleitungsvideos, wie du selber verschiedene Dämmmaßnahmen durchführen kannst, die findest du hier. 30 Prozent der Gebäude in Deutschland haben ein zweischaliges Mauerwerk. Innen eine Wand, außen eine Wand. Diese Hohlschicht, die dazwischen sich befindet, eine Dicke von ungefähr 5 bis 10 Zentimeter, kann man sehr schnell mit einem Einblassdämmstoff versehen lassen. Das Ganze dauert maximal einen Tag bei einem Einfamilienhaus. Kostet im Einfamilienhaus zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Kann die den Energieverbrauch des Hauses um bis zu 20 Prozent senken und amortisiert sich in einem Zeitraum von 5 Jahren. Drück den Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du weitere Fragen hast oder noch weitere Dämmtricks kennst, dann schreib es doch bitte unten in die Kommentare. Denn ich werde auf jeden Fall nochmal mit dem Arnold ein weiteres Video drehen. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal. Und dann gibt es noch eine gute Nachricht, über die ich mich besonders freue. Und zwar ist der Sanierungsrechner, an dem wir jetzt schon seit Anfang des Jahres arbeiten, mittlerweile so gut wie fertig. Also, der wird jetzt relativ bald released. Wenn du das mitbekommen willst, dann kannst du dich hier nochmal in die Warteliste eintragen. Beziehungsweise, wenn der Rechner veröffentlicht wurde, dann kannst du dann direkt den Rechner kostenlos nutzen. Also, ich freue mich, bis zum nächsten Video.